Halli hallo Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zurück zu let's play BattleBlog Theater mit mir dem attp und dazu haben wir auch wieder den äußerst seltenen Gast hier den Basti-san Hi Leute Hi Leute Warum ist das Mikro soweit eigentlich nach mir? Weiß ich nicht Wer hat das getan? Ich nicht Ich auch nicht Aber ich würde gerne wissen wer zu sowas in der Lage ist Nein das ist schon echt eine Warte wir müssen uns mal entscheiden wo wir Warte ich würde sagen runter also fangen wir hier glaube ich an Aber hier gibt es nicht Wir brauchen Steine Die Steine da oben Wir sollten nach links Auf nach links Komm schnell Ich muss nicht rüber werfen Danke Gut 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 der Stein ist da Mehr kann man da jetzt erstmal nicht machen Kommst du wieder hoch und ich werf dich hier hoch Guck sie Ich brauche sie Ich brauche sie Hier hoch zu kommen Ich brauche sie Danke Nicht so schwer wie es aussieht Eindeutig Oh warte wenn ich hier stehe kommt es ja nicht durch Das hast du gut Feste Dürfen Ah da muss ich mitgehen Ok Irgendwas ist jetzt passiert Was passiert denn wenn ich da runter gehe Scheiße Kommst du bitte nochmal runter Ja So was passiert dann wenn ich da runter gehe Das weiß ich nicht Oh Oh Was haben wir hier Ähm Ok Ein Schwein Mein Schwein zu sein ist fein Ach Was wäre ich gern ein Schwein Ich wäre nicht mehr allein Da oben Ja da müssen wir hin Dann ziehen wir das Ding weg Dann können wir runter zum Schwein Und beim Schwein können wir das wegziehen Weil es muss jetzt nach oben Ich muss nach oben du Aber komm nicht rüber du Mit dem jetpack Mit dem jetpack komm ich hier rüber du Komm ich hier rüber du Komm ich hier rüber runter du Das klingt nach einem Plan du Ich schnau ich mir so ein jetpack Drück einmal Scheiße Ok Wo sind die scheiße taste Drück zweimal Wieder hoch Dann kann ich nur noch einmal drücken Du bist drüben meine ich Nicht drüben Oh dann muss ich vielleicht besser machen Oder du springst von der anderen Seite mit dem Telefon drüber 1 2 1 2 1 2 3 4 frisches Bier 4 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 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 6 6 5 6 5 5 5 6 5 7 5 6 6 5 6 3 5 so gut ganz links ist da haben wir schon dann schauen wir mal hier aber was ist denn hier das stimmt und fast weil ich glaube es noch nicht warum reden wir ein Gewicht die Dübe ja ganz anstrengend ist ich würde ja was anbieten an der Dübe komm schon du ich glaub da kommen auch von oben da war oben da lang und da runterrutschen oder sowieso dann komm auch schon ich kann mich nicht angeblich festhalten die Dübe ich glaube ich habe mich am Dübe festhalten also ich will es nicht ok was jetzt passiert ist folgendes ja genau das muss ich ja guck mal dann kommt der Stein der Stein der gute Stein hielt's du oh hielt's du Morgel oh da hat er schon gezockt hast du das nicht sehen ne du da hat er schon gestützt gestützt oh so der Knopf ist betätigt und schauen wir mal was hier passiert ist hat sich bestimmt einiges verändert du das war wie auch du nur die Frage ist was und wo ne was hat sich verändert was hat sich verändert und wo hat sich das verändert weißt du wo sich dann was verändert aber du hättest du die steine runter und klima die dünne mann ich kann hier aber erstmal rüber werfen oder ich kann aber die dünne runter die können wir natürlich auch okay pass auf der komplexe und stelle ist wichtig weißt du dann zieh ich dich gut aus okay ich hab mich so gut ein spottetum kürzer und unterlötschen da kommt sie dahin wo er von den Wohl wir wollten im ich kann ich glauben ob ich glaube ich 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 kann schon zu Ende gehen doch kommen wir mal ich komme mal nicht ich gucke mir mal das Ende an mit dir du das lief ja sauber wie ein Döbel oder ein Dödel oder ein Flünder so ein Dödel soll auch sauber sein wenn er irgendwo reinkommt meistens nachdem er irgendwo rauskommt sprich aber nicht wenn ich waschmaschine Bums na los jetzt komm schatze oh apropos rechnen ich hab ne 4m Mathe apropos rechnen ich glaube die haben nicht damit gerechnet dass ich mich hier festhalte da oben ich höre mal kurz mein Schwein her ja das kommt nicht mehr das sagst du so ja die Schweine stehen auf mich unfassbar oder glaube ich jetzt nicht Schwein nein schwein schweine 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 ich bin ein schwein ich bin ein schwein und scheiße wenn ich lachen muss, wenn ich gerade kwein mit der lungen habe, das war schon so oft anziehen und er hustete und pustete und dann war das schwein weg scheiße wo denn das schwein hin? zu mir, da haben wir es hingehört nimm dir eins, ich schenke dir eins was tut es denn not, dass das schwein so leer sein muss? so leer? wieso ist das schwein leer, du? das find ich auch nicht das musst du mir noch erklären warum? warum? oh guck mal, du bist hier da ja, schön, oder? du musst gucken auf wen die mehr hören oh Gott, hier ist alles tot ein toter Winkel ja du, da klar, das ist ein toter Winkel ich wollte dich hochschmachen oh Gott, das hat geklappt komm du bist schon da ich brauch dich nicht ey, komm ja auch so hoch irgendwann apropos hoch kommst du klar? äh klar kommst du klar? kommst du da hoch? kommst du da hoch? du sag mal, kommst du da hoch oh, so sieht gut aus das hab ich mir auch mal gedacht so, was ich jetzt mache ist das dann zieh ich das hier über hab ich gefunden achso, ich weiß nicht also ich komm hier gut durch äh ich muss noch schnitt Platz machen hier Ikea wieder voll also ich bin oben und du ich glaub das war nur so gedacht dass einer durchkommen äh ich glaub nicht du hast mir über den ganzen Weg zugebaut das glaub ich dir nicht ja, kann man das auch machen na gut, dann mach ich das auch so ich weiß ja noch nicht so ganz ich geb dir Rückenleckung leckung? mhm boah, steht drauf wenn man den Rücken leckt mhm mhm 2 Cent ich weiß ja noch nicht so ganz ich geb dir Rückenleckung leckung? mhm boah, steht drauf wenn man den Rücken leckt oh Armin, der Tod wartet der Tod wartet der Tod wartet kannst du bitte mal nicht hochwerfen und irgendwie andere Richtung warte, bitte warte, bitte warte, bitte ich muss erst wieder meinen Knüppel sitzen was hast du dir überhaupt vor? da ist ne Wolke ja, aber guck mal über der Wolke ist doch äh ist doch hier diese Plattform ist gleich durch hast du das gesehen? nein zeig mal da sieste oh, verstehe kommt's gleich durch kacke kacke ich glaube ich muss noch mal so ein Knüppel setzen gleich ich weiß nicht ob sie so geplant war, aber ne es hat auf jeden Fall funktioniert Vorsicht, da sind Steine, ne? die böse sind äh, und dann macht das so und dann sind sie gar nicht mehr so böse ne? also, Captain Pika das ist scheiße äh Peacock Peacock? Peacock Schock, let rain wir hätten da oben noch was rausziehen ach, es kommt jetzt erst ok oder wie jetzt, 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 bis jetzt oh Gott, jetzt haben wir die Hölle losgebrochen hier äh, oder wir machen erst so komm schon komm schon oh, wir haben alles bis auf das Wolk, ne? oh Gott ähm, da ist noch voll neu er hat mich, lauf weiter nein, ich kann nicht da kannst du du kannst ohne mich aber ich nicht meine dich du bist ein Zauberer, Harry du bist ein Zauberer, Harry ich bin nicht Harry, du bist Harry Angstfotter ich wollte sagen, ich bin Draco oh, oh Gott nein, uff das war überraschend so wie das so oh, oh Gott, oh Gott wo hat man juckt? Das ist aber schön die die so, so machen wir sich den Weg frei Perfekt, super, schön. Das ist nicht schön. Du schaffst das, Harry. So, hier musst du irgendwie an Schweine lang zukommen, oder? Schweinegeil. Du schaffst das, der ich immer davor reinrutsche. Naja, ist halt nur ein Wollknäuer. Da brummt ja eh nix mehr. Schieß auf meine. Nein! Oh, ein bisschen Druck benutzen. Oh, hier schon. Was glaubst du, was ich für'n Druck hab? Einen wahnsinnigen Druck. Ja, bei den Bayern hast du den Tordruck. Druck. Das Gitan hast du Druck bei den Bayern. Oi, Alter. Hast du's geschafft? Alter. Los geht's. Wui, wupp. Ja, da macht einen Wui, wupp. Wui, sieben. Schweige. Im Weltraum. Ernsthaft. Ja. 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 Kommst du da klar? Ja. Gut. Ich auch euren Wann. Ähm. Äh. Ich dachte, du kommst klar. Ist klar, oder was? Klar, klar. Ist klar, oder was? Ich glaub schon. So. Gut. Scheiße. Ich glaub wir müssten zusammenarbeiten, was hättest du davon? Finde ich schön. Geht's bei dir weiter? Glaubst du? Geht da weiter? Ich weiß es auch schon. Hier geht's so. Ähm. Da haben wir einen Knopf und dann fällt der Stein runter. Und... So, dann helfe ich dir mal. Ich schick mal eine frische rüber. Ha, tot. Ähm. Ähm. So geht's das. Genau, und dann kannst du da rüber. Kannst du mal. Schau dich nicht mit. Du nix mit. So geht's das. Nein. Das ist mein Knopf. Dann geh mal wieder zurück. Mal mal was passiert ist. Oh. Mach mal was passiert ist. Mach doch hier. Also das ist für die ist aber eh. Ich hab überlegt. Muss ich da runter? Nein. Ne, der war ich noch. Aber da war jetzt ein Stein. Der... Irgendwo ist gut. Ja, dann muss man da irgendwie hoch. Ich muss glaube ich da noch. Doch nur mal hin. Zu der Schranke. Ja. Dann kann ich es darauf werden. Einmal mit. Dann kann man das dann auch überwerfen. Dann kann man das dann auch überwerfen. Die Leute hier. Ach. Du. 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 Töte sie. Nee, brauchst du. Hallo gut. Ja, wenn nur so lange du klug bist. Warum! Das war überhaupt so schön. Das war eine meiner leichtesten Übungen. Zusatz. Danke. Oh, ein Schweinchen. Da kommt's. Stimmt. Vielleicht hab ich das wenigstens checken. Hast du es irgendwo gesehen? Nein. Ah, DRION GEN! Dafür brauche ich ein Jackpack Ja, um hier hochzukommen Oh! Da fliegt es schon mal hier? Oh, Scheiße! Guck mich nicht so an! Ich habe dich ja nicht angeguckt Schlimm genug! Ich habe nur eine gewisse Wolle es nicht lassen, ich meine, die Wolken erbringen müssen Wer weiß, was man mitnehmen kann Wer weiß, was man mitnehmen kann Ich werde mal probieren Ich werde mal probieren Kosmoschie behauen Oh! Ich habe dir was platziert Das ist die Stelle, wo ich vorhin schon versucht habe hinzukommen Okay, das ist gut Aber wir haben es probiert Oh, da war was Es ist über mich rüber gelaufen Oh! Oh Mist! Hier hat nur einer Platz Das freut mich Okay, gut Das wäre geschafft! Oh mein Gott, die Kohle! Oh mein Gott! Hat den längsten Strohhalm Der Welt Deswegen habe ich gedacht, weil ich gesehen habe Wir haben nur 6, aber War wirklich richtig Irgendwo hat sich da noch ein Edelstein versteckt Mensch, Mensch, Mensch Ich habe Angst Wo Gott, Postlevel Und Silo Ich hab Angst Fangen Oh, ja Über die Bischäer Was? Über die Bündnis Ach so, ne, über den Durst O Los geht's Okay Oh, ich bin ja schon wieder. Oh, ich bin ja schon wieder. Ich bin so blöd dafür, ich bin so blöd dafür. Kann das sein, dass das Ding auch die Dinger kaputt macht? Ja, deshalb bin ich schon so viel zu töten. Ich hab's auch schon ordentlich kaputt gemacht. Ja, dich auch. Jetzt ist tot. Jetzt können wir uns schön in Ruhe beileisen. Okay. Okay. Ich will das jetzt noch probieren. Du schaust es! Jetzt springen wir auf ihn rauf und dann auf ihn! Achso, verstehe. Okay. Ich danke lieber. Ich bin jetzt kieser. Ich freut mich. Ich glaube, das muss hoch. Aber hier unten hat es auch keinen Zweck zu empfehlen. Und dann lassen wir es auch mal nach. Oh. Oh. Secret. Also. Oh, das sieht einfach aus. Wow. Oh. 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 Das hätte sein können. Oh. 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 auch wir haben es ausgaben das ist kompliziert mit dem scheiß Prozent wir haben es geschafft das geht es auch nicht was kommt keine Ahnung das werden wir sehen wenn es die Katzen dann wäre es aber extrem scheiße das ist extrem scheiße gewesen wenn man so den Bosch besiegen kann stimmt nicht falsch aber das wäre extrem scheiße wenn du den Boschkampf besiegen würde ich richtig verstanden das ist wohl auch mal gesagt wäre es wirklich das nächste und wie fändest du das so wenn du so jetzt besiegt extrem scheiße oder? ja wäre doch wieder wie eben yay ähm Volkneu gekriegt cool keine Ahnung warum aber Volkneu gekriegt so gut ja 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 ähm ja ah wo war vor sich ah spring du und ich bring unter dir Ok, dann gehst du drauf, oder so. Ok, dann geht's. Oh, tot. Stimmt. Der Tod kommt kurz. Kann ich noch hoch? Da. Ok, lass uns erstmal weiter. Wer weiß, was das ist. Wer weiß, was das ist. Oh, hier gibt's Flügel. Oh. Ok, wir müssen mal ziehen. Ok, wir müssen mal ziehen. So, dass wir die Flügel haben. Auch hier gibt's. So, was das ist? Ich bin đi Flügel. Ach, dass wir das sind. Oh, ich weiß das. Wie ist das? es ist mehr störend aber nur wie kommt man da weiter hoch einer müsste dann sterben wenn ich das richtig sehe oder warum hast du dann die Chance nicht gleich vertrefft wenn wir nicht zu stellen die Kinder der Steppenfliege es nur noch hoch so er gab es einfach das war gut oh 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 ich weiß war noch nicht ach so bist du da ach so zippelude ah so bist du rüber gekommen so viel scheiß hier über oh gott vorsichter stirbt man sorry nicht meine beste erfindung ja oder 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 da gibt es oder um da gibt es ein Schweinchen oder das nach oben kommt ist das gut so ähm Vorsicht die Maus im Weg, ich will mal gucken was mein Schwein zieht Ok, das meintest du mit dir aus dem Weg Ok Ah, da war ich, ok Gut, ich setze hier das Schweinchen hier Und ich hole den Boss mit mir Oh Oh, Mann, 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 Mann Äußerst stressig, ey Äußerst stressig, obwohl ich die Zeit jetzt gerade nicht im Auge hatte Oh, Kapitel beendet, wow Wow Oh, mein Gott Sustenance is only sustained by killing Hattie Und starten diese Insanity all over again with a new person What a counter productively futile charade this is And then they're all like, nah What it is, what it is, I guess So are you ready for the most importantly important mission of your entire life? I hope so It's time to show these guys They picked the wrong boat of friends to tangle with Just hold on a little longer, homie Hey, we're coming for you It would be nice if you could meet us halfway But, you know, whatever Ja 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 Scheinbar jetzt letztes Kapitel und so Ab in die grüne Tür Oh, Gott So viele Gems, Alter Da sitzt er Hattie Wir kommen Kapitel 8 Die Gruft Erstmal einkaufen Hier gibt's keinen Job Ähm Wir waren eigentlich an einkaufen Tut mir leid Tut mir leid Tut mir leid Lttp muss seine Kauftucht befriedigen befriedigen es tut mir leid ja auch mal sagen können hey, hör zu, hier gibt es nicht noch mal einen Shop wir werden auch gemeinsam wieder in Kapitel 8 gehen ist das nicht ein Angebot? mit mir ist du in der Zeit? ja ich denke ich es mit den Zuschauern nee gerade mit dir ja, ich habe mich hier kosten 15 jetzt oh, hast du gesehen? nein kosten jetzt 15 fühle mich, um deinen Prisoner zu customisieren äh, Performer nein nein äh äh Kapitel 8 voll krass durchziehen und so und dann alle voll kaputt machen und dann sagen alle nur so oh mein Gott und wir sagen einfach nur so yeah yeah bis denn dann und so tschü tschü ja 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 ja